Hallo Leute, herzlich willkommen zu diesem neuen Bitcoin Update Video. Jetzt werden wir in diesem Video besprechen, wie es möglicherweise weitergehen kann für Bitcoin. Vor allem, wer rechnet schon genau mit dieser spannenden Neuigkeit, die wir hier gerade aus dem Bitcoin Chart entnehmen können. All diese Details in diesem Video. Und Leute, natürlich wollen wir nicht den großen Long Trade nach oben verpassen mit Bitcoin. Und zwar, wenn wir den Boden jetzt erreicht haben sollten, müssen wir sozusagen auch handeln, müssen wir etwas tun. Und lasst uns hier einmal im Video direkt besprechen, was wir tun müssen, vor allem, was wir erwarten können. Und damit herzlich willkommen auf meinem Channel. Mein Name ist Kero und ich begrüße dich herzlich zu diesem neuen spannenden Bitcoin Update Video. Und Leute, ihr wisst ja, auf meinem Channel erhaltet ihr tägliche Updates zum Bitcoin, zum Kryptomarkt und zu allen anderen Märkten. Also, wenn ihr neu seid auf meinem Channel, auch gerne mal ein Like dalassen und ein Abo dalassen. Das wäre wirklich fantastisch. Und dann würde ich sagen, dass wir hier einmal direkt loslegen mit unserem Bitcoin. Bitcoin 4 Stunden Chart hier vielleicht noch ein kleiner Einblick, worüber wir ebenfalls in diesem Video sprechen. Und zwar, der MVRVZ-Score sagt uns jetzt aktuell, nämlich, dass wir eine sehr, sehr spannende Entwicklung mit Bitcoin erwarten können. Aber darüber werde ich im Laufe des Videos nochmal ganz genau und detailliert sprechen. Also, Leute, hier in unserem Bitcoin 4 Stunden Chart sehen wir jetzt gerade nämlich, dass Bitcoin weiterhin sozusagen gefangen ist. Was muss passieren? Wie kann Bitcoin weiter nach oben gehen? Lasst uns einmal direkt darauf eingehen. Ich mache hier noch einmal unser FIP-Tracement-Tool weg. Und zwar, gestern bereits hatte ich ja in meinem Video darüber gesprochen, dass Bitcoin sich weiterhin hier in diesem symmetrischen Dreieck aufhält. Und ein solches symmetrisches Dreieck ist ja normalerweise ein Continuation-Pattern. Das bedeutet, wir kommen hier aus einem Downtrend heraus in dieses Pattern rein, halten uns eine Weile hier innerhalb von diesem Pattern auf. Und dann theoretisch, also wenn wir nur einmal nach der technischen Analyse gehen, müssen wir erwarten, dass der Bitcoin-Preis dann nach unten ausbricht und dieser vorangegangene Downtrend dann sozusagen fortgeführt wird. Aber Leute, es gibt auch noch eine zweite Möglichkeit. Wenn wir entgegen der Erwartungen dann nicht nach unten, sondern ganz im Gegenteil nach oben ausbrechen, könnte das möglicherweise dann natürlich auch bedeuten, dass Bitcoin den Boden erreicht hätte und wir gar nicht mehr weiter mit dem Bitcoin-Preis nach unten gehen werden. Leute, ich werde euch aber gleich nochmal im Laufe des Videos zeigen, wann ich den nächsten Trade setzen werde. Also bleibt unbedingt mal bis zum Ende dran. An dieser Stelle auch vielleicht nochmal eine Frage an euch Leute. Das würde mich nämlich sehr interessieren. Was glaubt ihr denn persönlich, wie es weitergehen kann für Bitcoin? Schreibt es einmal gerne jetzt in die Kommentare rein. Glaubt ihr, wir gehen hier aus diesem symmetrischen Dreieck nach oben oder werden wir nach unten ausbrechen? Das wäre sehr interessant zu wissen, was die Crypto-Kero-Community denkt. Lasst uns hier einmal direkt uns anschauen, was das theoretische Preisziel sowohl nach oben als auch nach unten wäre. Und zwar das Preisziel jetzt nach oben würde liegen bei etwa 18.560. und das Preisziel nach unten würde liegen bei etwa 14.900 Dollar. Also sehr, sehr wichtig Leute. Und dann lasst uns noch einmal hier über unser Fit Retracement Tool sprechen. Ich setze das Ganze hier einmal auf dem höchsten Punkt an und ziehe das dann einmal hier nach unten. Dann nämlich sehen wir auch, dass exakt dort, wo unser potenzielles Preisziel nach oben liegt, ebenfalls unser Fit Level 0.5 liegt. Und ihr wisst ja natürlich auch, in der Vergangenheit hat das Bitcoin ziemlich große Probleme bereitet. Und jetzt sehen wir aber auch, dass Bitcoin nicht mehr sehr viel Zeit übrig bleibt, um sich dann zu entscheiden, ob es nach oben oder nach unten ausbricht. Wenn wir hier einmal uns das Ganze anschauen, ungefähr bis morgen Abend 0 Uhr hat Bitcoin Zeit und dann muss es entweder nach oben oder nach unten ausbrechen. Und Leute, woran können wir auch erkennen, dass Bitcoin möglicherweise vor einem sehr, sehr starkem Move steht? Und zwar natürlich, Entschuldigung, das war der falsche, unsere Bollinger Bands signalisieren uns jetzt gerade nämlich auch wieder, dass Bitcoin vor einem größeren Move entweder nach oben oder nach unten stehen könnte. Und zwar jedes Mal, wenn sich diese Bollinger Bands zusammenziehen, wie zum Beispiel hier oder schauen wir weiter in die Vergangenheit. Hier zum Beispiel und so weiter. Es gibt viele Beispiele dafür. Genau danach folgt in der Regel ein größerer Move, entweder nach oben oder nach unten. Und das bestätigt einfach nochmal, wie wichtig hier gerade das Ganze für Bitcoin ist. Je nachdem, ob es nach oben ausbrechen kann oder nach unten ausbrechen kann, könnte das möglicherweise den nächsten Trend bestimmen für die nächsten Tage, für die nächsten Wochen. Das ist eine sehr, sehr wichtige Sache, die wir unbedingt hier aktuell im Kopf behalten müssen. Aber Leute, wir haben auch durchaus spannendere Neuigkeiten in unserem Bitcoin-Tageschart. Und wie werde ich persönlich den Boden sozusagen für Bitcoin festlegen? Wo werde ich dann den nächsten Trade setzen? Leute, ihr wisst ja natürlich auch, der CPI-Indikator in den letzten Wochen, in den letzten Monaten, eine ziemlich große Hilfe für jeden von uns gewesen, zumindest für jeden aus der Crypto-Kero-Community. Und dieser Indikator hat uns ja jetzt am 1. des Monats mitgeteilt, dass wir runtergehen würden bis zu einem Preisziel von in etwa 15.800. Wir sind sogar tatsächlich noch ein bisschen weiter darunter gegangen. Aber die Kerzen haben wir abgeschlossen bei in etwa 15.800 Dollar. Und da sehen wir natürlich auch wieder dran, wie gut dieser Indikator funktioniert. Aber worauf warte ich jetzt persönlich, Leute? Ich warte nämlich darauf, dass wir tatsächlich noch einmal mit dem Bitcoin-Preis nach unten gehen und hier diesen letzten Support noch einmal antesten. Und je nachdem, ob wir diesen Support halten können oder in diesem Fall darunter ausbrechen werden, werden wir meiner Meinung nach auch daraus interpretieren können, ob wir dann sozusagen erst einmal den Boden gefunden haben oder ob wir weiterhin davon ausgehen müssen, dass der Bitcoin-Preis nach unten gehen wird. Erst einmal sieht es aber auch gar nicht mal so unwahrscheinlich aus, dass wir mindestens bis auf die 15.800 Dollar noch einmal runtergehen müssen, zumindest wenn wir lediglich hier einmal unser Volumen beachten. Unser Volumen geht nämlich weiter runter, umso mehr Zeit vergeht. Das könnte natürlich auch darauf schließen lassen, dass der Bitcoin-Preis sehr bald nach unten gehen wird. Und wie gesagt, dann wird es sehr, sehr wichtig sein, dass Bitcoin die 15.800 bis 15.900 Dollar halten kann. Dort werde ich dann den nächsten Long oder den nächsten Short-Trade setzen und dann natürlich auch mit meiner Crypto-Kiro-VIP-Gruppe als erstes teilen, so wie ich das immer tue, hier unten in der Videobeschreibung. Findet ihr diesen Link, klickt gerne einmal drauf und dann seid ihr auch ein Teil der Crypto-Kiro-VIP-Gruppe. Aber machen wir einmal direkt weiter. Leute, was ist jetzt natürlich auch als direktes nächstes Preisziel wichtig für Bitcoin? Natürlich erst einmal hier, dass wir theoretisch aus diesem Pattern nach oben aussprechen. Das bedeutet, die 16.700 Dollar durchsprechen und natürlich dann auch als nächstes Preisziel, als zweites Preisziel, dass wir hier über einen Preis von in etwa 17.000 bis 17.100 Dollar ausbrechen können. Lasst uns nochmal hier unseren, unser FIP-Retracement-Tool zur Hilfe holen, denn auch dort können wir dann nämlich erkennen, dass die 17.000 Dollar sehr, sehr wichtig sein werden für den weiteren Preisverlauf von Bitcoin. Wenn wir die 17.000 Dollar durchsprechen können, wäre als nächstes die 17.800, 17.900 Dollar dran. Sehr, sehr spannend. Geht es definitiv weiter für den weiteren Preisverlauf von Bitcoin. Und Leute, wenn ihr mein Content genießt, wenn ich euch einen Mehrwert liefern kann, wie gesagt, gerne mal ein Like da lassen und schreibt natürlich auch, wie gesagt, gerne in die Kommentare rein, was ihr persönlich glaubt, wie es weitergehen kann für Bitcoin. Ich bin gespannt zu lesen, was eure Meinung denn dazu ist. Und dann würde ich sagen, gehen wir einmal zu dem spannendsten Teil rüber. Eingangs hatte ich ja schon etwas davon angeschnitten, und zwar der Bitcoin MVRVZ-Score. Der sogenannte MVRVZ-Score sagt uns jetzt auch, dass wir nämlich den Boden bereits mit Bitcoin erreicht haben, dass wir uns gar nicht mehr darauf einstellen müssen, dass der Bitcoin viel stärker nach unten geben wird. Lass uns hier einmal uns anschauen, was denn der MVRVZ-Score ist. Dies ist eine hilfreiche Metrik, die einen Einblick in den Wert jeder Kryptowährung gibt, aber typischerweise für Bitcoin verwendet wird. MVRV steht für Marktwert zum realisierten Wert und zeigt, ob die Kryptowährung derzeit überbewertet oder unterbewertet ist. Und Leute, das habe ich jetzt vor einigen Minuten auf meiner Twitter-Page gepostet. Dieser Indikator bzw. dieser On-Chain-Indikator sagt uns jetzt nämlich, dass wir den Boden mit Bitcoin erreicht haben. Und zwar zuvor. Jedes einzelne Mal, wenn wir hier in diesen Bereich reingegangen sind, hier gekennzeichnet mit diesem grünen Balken, war das dann sozusagen das Zeichen dafür, dass Bitcoin den Boden erreicht hat. Und zwar hier gehen wir einmal nach oben. Das ist die tiefste Stelle, wo auch dann sozusagen dieser Bereich erreicht wurde. Und danach ging es mit dem Bitcoin-Preis nach oben. Zuvor hier in diesem Bereich runtergegangen, in diesen grünen Balken. Und auch dort war das der tiefste Punkt. Danach ging der Bitcoin-Preis nach oben. Und exakt das Gleiche schon einmal passiert in 2012. Und jetzt aktuell haben wir wieder exakt das gleiche Szenario. Wir sind wieder in diesem grünen Balken angekommen. Und möglicherweise könnte das jetzt wieder bedeuten, dass wir mit Bitcoin den Boden erreicht haben. Schreibt auch gerne mal einmal dazu eure Meinung in die Kommentare rein. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns bei meinem nächsten Video. Bis dahin. Bye, bye.